Servus Leute und willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute habe ich für euch wieder einen Torwarthandschuh und zwar den Titan Nitro NC Pro zur Verfügung gestellt von der Marke Titan Coalkeeping. Vielen Dank dafür. Link zum Shop und zum Torwarthandschuh ist in der Videobeschreibung. Unbedingt abchecken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Unboxing. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.